Ja, hallo Freunde, die Beasley und ich sagen Hallo, herzlich willkommen, komm, jetzt ist gut, zum nächsten Letz-Info-Teil, den ich jetzt gleich machen werde im Anschluss. Ich habe mir gedacht, ich sage euch mal persönlich Hallo, ist ein bisschen näher, ist ein bisschen besser. Wir haben es viertel vor neun, ich bin eben aus der Nacht durchgekommen und ich werde jetzt diesen Teil aufnehmen. Dann werde ich ihn hochladen und dann werde ich ins Bett gehen. Alles weitere werde ich euch jetzt im Anschluss zeigen oder beziehungsweise euch erzählen. Wir sehen uns spätestens im nächsten Letz-Play wieder und ich habe noch einen kleinen Bonus für euch und zwar mein 100er Spezial. Das möchte ich auch gerne euch nochmal persönlich sagen. Da habe ich so ein paar Probleme gehabt oder beziehungsweise auch der gute Agreement. Wir hatten da was vor, was wir uns dann nachher überlegt haben. Naja, lassen wir es lieber. Und ja, deswegen fasse ich mein 200er Spezial zusammen mit meinem 100er. Das heißt, wenn ich die 200 erreicht habe, werde ich auf jeden Fall was machen. Dann auch wieder mit mir persönlich. Und ja, deswegen würde ich sagen, seid gespannt. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu. Ja, Freunde. Hm, so schnell kann es gehen. Ich hoffe, das kleine Video gerade hat euch gefallen. Jetzt sind wir also hier bei meinem Kanal angekommen und hier erzähle ich euch mal einiges Neues. Und zwar, mittlerweile habe ich fast 700 Videos hochgeladen. Fein, 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 fein. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Okay. Äh, das, äh, so wollte ich nicht. Ist auch egal. So, hier haben wir jetzt mittlerweile 171 Abonnenten. Ich habe es gerade eben schon angeraumt am Rande und zwar, ich wollte eigentlich ein 100er Spezial machen mit dem Agreement AOS zusammen. Wir haben uns dann doch dagegen entschlossen. Ah, ähm, einmal weil im Prinzip es schon viel zu spät war. Äh, er war drei Wochen in Spanien. Der Gute hat mir auch eine Karte geschrieben. Vielen Dank nochmal dafür. Hat mich gefreut. Ich habe sie heute, ne, gestern Abend habe ich sie schon bekommen. Heute Morgen habe ich sie dann aus dem Briefkasten gepoolt. Ähm, jem, 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 jem. Ja, wir haben uns dann halt dagegen entschlossen, weil es war dann doch irgendwie, naja, nicht so ganz unser Fall. Also deswegen werde ich dann mein, äh, 100er Spezial mit meinem 200er Spezial zusammenlegen. Also in exakt, ähm, 29 Abonnenten. Und, äh, ja, dann werdet ihr, äh, auch wieder eine kleine Überraschung überleben. Äh, ich werde das dann für mich alleine machen, also nicht mit jemand anderem zusammen. Also, sagt Freunde Bescheid, sie sollen mich abonnieren, dann, äh, kommt dieses Video ganz schnell. Ja. Upload-Aufrufe 63.000, äh, Kanal-Aufrufe über 8.000, mhm, ich mach mich nicht schlecht, wie gesagt, ich sag es immer wieder, ich bin erst seit dem ersten Sechsten dabei. Ja, ja, herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, meine Abonnenten werde ich, äh, ich hab's im letzten Teil doch gemacht, ich hab sie dann alle im Anschluss, äh, aufgelistet. Ich werde es jetzt hier so machen, da ich nur noch 29 Abonnenten bis zu meinen 200 habe, werde ich es so machen, ich, ähm, packe die Erwähnung dann mit in mein 200er Spezial rein. Ja, also bitte nicht böse sein, ähm, ich hab euch nicht vergessen, ihr seid und bleibt meine Superstars, wie im letzten Infoteil ja schon angesagt. Nur werde ich euch jetzt nicht alle aufzählen. Hier hat sich auch was getan, und zwar hab ich mal eine neue Rubrik in meinem Kanal aufgenommen, und zwar hab ich sie genannt, Kanäle von Freunden und anderen coolen Leuten. Ja, ganz vorneweg natürlich der Agreement AOS 2.1 Risiko, er ist Darkwing Duck Fan. Ich glaub, das kann man auch lesen, 2.1 Risiko, das sagt er immer. Dann der Fläppchen. Oh, wenn es geht, ich, äh, würde ein Knuddel mir ausstopfen und hier am Regal stellen. Er ist einfach nur klasse. Vielen lieben Grüße nochmal an dich, du bist der Beste. Er kommentiert fast jedes Video von mir, und, äh, egal was ich mach, er findet es immer großartig. Ich glaub, ich könnte auch einen Eimer Wasser umschmeißen, oder wird's gut finden. Nein, es war natürlich nur ein Witz, aber er ist wirklich, ähm, ein ganz besonderer. Dann haben wir hier den XL Evil Wreck, auch ein sehr, sehr lieber, ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Der Vampir God, 1985, hat mir beim Let's Play Madrid weitergeholfen, Zero Mission. Der Timstar, 95, immer wieder mit dabei. Tu, äh, jetzt rät hier meine Katze gerade am Rad. Nein. Äh, ja, wie gesagt, du bist auch immer dabei, und, äh, hoffe, wie gesagt, dir gefallen weiterhin meine Let's Plays. Dann habe ich, äh, BR 2018 Fan, also Baureihe 2018 Fan, ähm, hab ich auch mal hier aufgeräumt. Ihr wisst, ich, äh, bin Lokführer bei der Deutschen Bahn, und, äh, diese Lok, diese Baureihe 2018, der V160 Lokfamilie, ist einfach mein Heiligtum. Das ist die Lok, das ist meine Welt, das ist, ach, einfach nur geil. Was für andere Leute in Ferrari ist, das ist für mich diese Lok. Mhm. Gut, der Mr. Forgotten Sun, auch ein sehr cooler Freund mittlerweile für mich geworden. Er kommentiert auch fleißig, und, äh, er hat mir auch, äh, ganz zu Anfang, wo, wo er mich abonniert hat, hat er mir wirklich richtig geile Kommentare geschrieben. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, die Nuffelchai, ja, du hast dich letztens auch wieder gemeldet. Es freut mich, dass dir angst gefällt. Ich hoffe, du kommentierst jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Nicht? Ja, und der Clovis18, er ist relativ neu im Geschäft, er hat sich, äh, viel bei mir Hilfe geholt. Ich hab's gerne getan, und, äh, ich hoffe, von dir höre ich auch mal wieder was. Um dich ist es ein wenig still geworden. Ja, dann haben wir hier unten bei den Kanal-Kommentaren, möchte ich auch nochmal auffassen, und zwar der Andy Set-Dorama, oder Andy Set-Rat-Wat-Wat-Andy? Ich hab das mal richtig aussprechen können. Andy Set-Rat-Harma, so, jetzt hab ich's, hat mich hier gefragt, mal ne Frage, wenn du dieses Mal, äh, wenn du jedes Mal ein Spiel komplett durchgezockt hast, dann machst du diese View-Playlist. Wie geht das überhaupt? Natürlich, ich hab's dir einmal hier oben reingeschrieben, ich werd's dir auch nochmal, äh, sagen, und zwar, du gehst in deinen Einstellungen, mh, ah, das kann ich jetzt hier schlecht machen, weil ich bin ja gerade auch am Hochladen, das würde jetzt hier endlos dauern, bis die Seite jetzt, äh, sich aufbaut. Du gehst einfach in deinen Einstellungen, ähm, auf deine Videos, dann hast du Links, Playlists, Neu, dann gibst du einfach den Namen ein, etc., pp, knallst deine Videos da rein, und dann, im Prinzip, gehst du, ähm, in die Playlist rein, also sprich auf Bearbeiten, und dann hast du oben, ähm, mehrere Punkte, da klickst du auf Weiterleiten, dann bekommst du eine URL, und das ist die URL, also sprich die Internetadresse, die dann zu deiner Playlist führt, und die kannst du einfach kopieren und dir dann hier reinkopieren und schon hast du so eine View-Playlist. Ja. Frage gestellt, Frage beantwortet, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, hier unten, ähm, hat sich eigentlich wenig getan, ich habe laufende Projekte, ähm, Bulelektl, Bulelektl, da wird Zeit, dass ich ins Bett kommen, laufende Projekte, Baffo mit Schluch 3, Der schlafende Drache, immer noch, ich bin mittlerweile im Teil 27, das ist ein sehr langes Spiel, ähm, ja, und Ank, vorgestern, oder vor drei Tagen, ich weiß es nicht mal so genau, angefangen, scheint mir auch ein sehr langes und intensives Spiel zu werden, macht aber nichts, ich freue mich, bin ich jetzt, äh, ich glaube ich im Teil vier oder fünf, ich habe heute wieder ein paar Teile aufgenommen, werde ich gleich hochladen, dann habe ich hier unten nochmal euch, äh, separat aufgegliedert, ähm, Infos rund um meine Let's Plays, um andere Sachen erfahrt ihr bei meinen Let's Infos, habe ich euch da drunter, dann habe ich nochmal meine Let's Tech Videos, euch, ähm, hier zur Verfügung gestellt, ja, und zum Schluss natürlich, ich bin im Let's Player Forum angemeldet, da erfahrt ihr auch Neuigkeiten von mir, da stelle ich auch meine abgeschlossenen Let's Plays vor, und können sie euch da nochmal anschauen, hier oben, ähm, durchgeführt, wie habe ich sie genannt, meine abgeschlossenen Let's Plays und Let's Shows, da hat sich im Prinzip nicht so wirklich viel geändert, außer, dass es jetzt hier oben, wo ist es hier, Metroid Zero Mission, können, genau, hervorragendes Spiel, ich war richtig traurig, als ich dann zu Ende war, naja, aber, die Samos, die wird wiederkommen, und zwar bei Super Metroid, da werde ich mir allerdings jetzt ein bisschen Zeit lassen, ja, meine geplanten Let's Plays, da fällt mir gerade auf, äh, Metroid, äh, Super Metroid habe ich ja gar nicht aufgeführt, egal, ja, ähm, ihr könntest hier lesen, neu dazu gekommen ist, äh, Zack McCracken 2, Between Time and Space, das ist auch wieder ein Fanprojekt, das hatte ich sowieso vorzuspielen, das hatte ich auch damals bei Zack McCracken gesagt, dass ich das spielen werde, ich hatte es nur ganz vergessen, da einzuschreiben, äh, draufzuschreiben, einzutragen, meine Güte, äh, ja, da haben mich dann zwei, drei Leute noch aufmerksam gemacht, ich weiß gar nicht, wer es war, könnt ihr es hier noch lesen, nein, könnt ihr nicht, egal, auf jeden Fall werde ich das auch spielen, dauert halt noch ein bisschen, dann hier oben halt, äh, meine Videostore Reinkirmes, da drüber mein Polo, könnt ihr euch auch mal anschauen, ja, hier meine Homepage, mhm, und dann würde ich sagen, war es noch reingeschön, was wird kommen demnächst, ich werde jetzt erstmal Baffen mit Schluch 3 und, äh, Ankh spielen, das, äh, wie ja eben schon gesagt sind, sehr, 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 sehr lange und, äh, ja, wie ich finde, auch gute Adventure, die werden mit Sicherheit noch viel Zeit in Anspruch nehmen, ich muss auch dazu sagen, sagen, dass ich, ähm, Lokführer, Schichtdienst, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, im Moment auch ein wenig viel Arbeit um die Ohren habe, das heißt, ich kann auch jetzt nicht so viele Teile aufnehmen, wie ich gerne würde und wie ich am Anfang, äh, aufgenommen habe, das, ähm, werde ich vielleicht mal wieder machen, wenn ich demnächst Urlaub habe oder dann mal ein paar Tage frei habe, aber wie gesagt, wenn ich Schichtdienst habe und dann wie jetzt heute zum Beispiel aus der Nachtschicht rauskomme, ähm, da mache ich nicht mehr allzu viel, ein, zwei, drei, vier Teile und noch ein bisschen Schnickschnack und sind natürlich die ganzen Kommentare und E-Mails beantworten, das ja, aber ein Spiel an einem Tag, das, äh, schaffe ich im Moment nicht, ja, dann würde ich sagen, war es das mit Let's Info Teil 5, ich freue mich, euch wiederzusehen im Let's Play, äh, Let's Info Teil 5 oder im nächsten Let's Play oder beim 100er bzw. 200er Spezialvideo, ich bin der NRW bei 18, das ist mein Abgang, ich, äh, sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, bis dahin, NRW bei 18, Adieu! Amen.